Was testen wir für Sie bei EMV? Was ist EMV? EMV ist die Abkürzung für elektromagnetische Verträglichkeit. Und hier geht es vor allem um zwei Themen. Was kommt an Frequenzen möglichen Störungen aus Ihrem Gerät heraus? Die sogenannte Aussendung Störemission, die messen wir hauptsächlich in der 10-Meter-Halle, können aber auch dann für Entstörmessungen in eine kostengünstigere 3-Meter-Halle gehen. Dann kommen dazu verschiedene Störfestigkeitstests. ESD, mit der ESD-Pistole, Einstrahlung elektromagnetischer Felder in der 3-Meter-Halle, Burst, Surge-Messung gegen Blitzschlag auf der Stromleitung, Einkopplung hochfrequenter Felder, eventuell Magnetfelder. Es kann bis zu 10 verschiedene Tests geben, die Sie für Ihr Produkt brauchen, um in Europa die CE-Anforderungen zu erfüllen und damit später Ihre CE-Erklärung richtig inhaltlich ausfüllen zu können. Untertitelung des ZDF, 2020